heute mit einer etwas anderen folge denn ja heute mal ohne elektronik wir basteln heute ein bisschen klassisch so richtig mit papier schere und messer und so und ja mal gucken wie das endet wahrscheinlich bei meinen handwerklichen fähigkeiten in interessanten sachen naja worum es mir nämlich geht jetzt kommen wir doch wieder zu elektronik ihr kennt wahrscheinlich leds oder natürlich glühbirnen ich habe jetzt gerade keine da aber stellt euch einfach eine vor und die haben ja ein unterschiedliches unterschiedliche art licht abzugeben unterschiedliches spektrum das wollte ich mich schon immer mal ansehen das problem dabei ist dafür braucht man so genanntes spektroskop so da gibt es drei möglichkeiten an sowas dran zu kommen möglichkeit eins man kauft sich ein passendes messgerät kostet geld möglichkeit zwei man kauft sich ein passendes messgerät gebraucht um es zum beispiel zu reparieren dummerweise sind die dinger relativ selten und bisher ist mir noch keins in die finger gefallen oder möglichkeit drei ja man nutzt die primitive technik um es mal so zu sagen nämlich das ganze analog ohne elektronik aber hey wenn am ende ein ergebnis raus kommt ist das ja auch nicht schlecht und ja das gucken uns heute an nämlich das hier das hand spektroskop ihr seht schon das hier ist jetzt als werbung gekennzeichnet ich habe mir das selber rausgesucht habe selber bezahlt allerdings ist unten ein affiliate link und das ist halt ein produkt von der firma deswegen blende ich lieber noch mal ein ob das was am ende wird oder nicht das sehen wir dann mal und ja das ist im prinzip erst mal nur ein bisschen dickeres papier mit ein bisschen aufdruck allerdings was wichtig ist ist nicht das hier sondern das was noch in der tüte ist nämlich das hier das ding hat nämlich zwei kleine plastik sachen drin einmal eine linse das ist einfach nur zum durchgucken hauptsächlich wichtiger ist aber das hier oder es sind sogar drei ich wollte schon sagen moment da fehlt was das eine was wir haben das können wir hier schon sehen da ist irgendwas mit 0,25 mm das ist so ein ganz dünner schlitz und dann haben wir hier eine schöne skala und das interessante ist hier hinten nämlich dieses plastik folien ding was wir hier sehen und ich weiß nicht ob es auf der kamera rüberkommt ja da kann man sehen das ist so ein bisschen regenbogen farben am reflektieren das ist nämlich ein sogenanntes beugungsgitter und das nimmt quasi das lichtspektrum auseinander und projiziert das oder wie auch immer man nachher das macht ich habe es mir noch nicht angeguckt auf die skala und so kann man dann sehen welche farben das licht macht welche nicht das ganze geht natürlich dadurch dass man durch die linse mit unserem auge gucken nur mit sichtbarem spektrum also sowas wie infrarot oder uv können wir natürlich nicht sichtbar machen stern eventuell mit einer kamera die dafür empfänglich ist aber gucken wir mal später und ja im prinzip schneidet man es aus klebt zusammen und hofft dass es funktioniert und ich hoffe einfach mal dass es funktioniert wie ihr seht das ganze hier ist von der firma astromedia findet man in diversen online shops ja wie wir sehen können nanometer skala und die ablesegenauigkeit ist fünf nanometer für die entsprechende lichtfarbe noch mal zur erklärung ich blende es euch hier auch noch mal ein licht ist in farben ja wie ihr wisst eingeteilt und diese farben entsprechen der wellenlänge von den elektromagnetischen strahlungen nichts anderes ist licht ja in nanometer deswegen kann man die farbe auch als nanometer darstellen und das ist meistens dann auch ein bisschen genauer als zu sagen okay das ist rot oder ist das rot oder ist das rot oder ist das rot ihr seht das problem also gehen wir mal die bauanleitung einfach durch wir brauchen eine knappe stunde zeit eine scharfe schere jepp ein feiner schnitte ein cutter messer jepp zum muten ein stumpfes messer ein dünnes weißes papier wenn wir bestimmt finden klebefilm nehmen wir das hier poli zeugs und ein lösungsmittelhaltiger alles kleber wie zum beispiel uhu oder tesa das könnte interessant werden tesa kenne ich nur als band uhu sagt mir was habe ich aber glaube ich nicht hier muss ich mal gucken ob ich sowas finden kann wichtig kein sekundenkleber weil kann die linse drüben ja des sekundenkleber ist meistens dieses zyranacrylat und das greift so ziemlich alles an was es vor die nase bekommt auch durch dämpfe und ich glaube dämpfe wollen wir nicht über unsere linse verteilen gut zwölf einfache schritte kriegen wir hin schritt eins alles ausschneiden an gestrichelten linien hinterfalzen die eine punktierte linie an der okulablende wird vorgefalzt hui ja der deutlichkeit der sachen die reden wir nochmal drüber aber ich denke ich habe eine idee was sie meinen egal ausschneiden kriege ich hin also ich glaube das müssen wir uns jetzt nicht live kommentiert antun so ich habe jetzt also alles ausgeschnitten das hier und die beiden anderen habe auch schon mal schritt zwei vorgezogen und hier dieses viereck mehr oder weniger raus geholt was jetzt noch fehlt das ist wo war schritt eins hier gehäuse ausschneiden an den gestrichelten linien nuten und hinterfalzen so das wort hinterfalzen findet man jetzt relativ selten glücklicherweise kann man sich das so grob vorstellen was man machen soll denn wir wissen ja das soll am ende in kasten geben das heißt wir müssen die so rum biegen sozusagen so jetzt müssen wir das also nuten das heißt also wir müssen da rein drücken am sinnvollsten macht man es natürlich mit einem falzbrett ja falzbrett falzbeil habe ich nicht ich habe auch mal durchgeguckt das einzige was ich irgendwie die richtung habe ist hier so was aber der hat nur um so gestrichelte linien rauszuschneiden nicht zum falzen selber von daher das ding hilft mir da auch nicht weiter aus als unterlage ja das heißt ich gehe jetzt mal hin missbrauche hier einfach die schneidvorrichtung weil da ist eine schöne kante dran im übrigen hier ist kein messer das ist wirklich nur zum einklemmen also hier kann ich mir nicht meine finger absäbeln bevor hier jemand denkt ich mache böse dinge nicht so ganz so und was ich mir zum falzen rausgesucht habe ich hatte ja eben den schraubenzieher ich denke ich werde aber etwas anderem gehen denn man braucht was möglichst stumpfes und günstige multimeter probes die sind schön stumpf vorne das sollte funktionieren und was wir machen ist auf der oberseite wo gestrichelt ist da vorbei gehen denn wir müssen die seite eindrücken die die am ende außen ist nicht die die innen ist sondern die die außen ist und ich nutze jetzt einfach hier das plastik ding so ein bisschen als lineal dass ich da die richtige stelle erwische gehe da einmal drüber und das ist schön da rein gedrückt das ganze jetzt an allen gestrichelten linien das dann wieder mit ein bisschen was an arbeit verbunden und hier bei dieser blende hier da haben wir noch die gepunktete linie die muss auf der anderen seite entsprechend eigentlich gefalzt werden das problem ist das nicht wirklich eingezeichnet ich mache es jetzt trotzdem einmal so pi mal daumen an der richtigen stelle nachdem er jetzt überall entsprechend da das eingedrückt haben gehen wir hin und biegen das ganze und zwar jeweils auf die seite oder so dass dir dieser eingedrückte teil außen ist okularrecht weg ausschneiden und die linse mit ihrem steg auf den weißen kreis kleben so dass die flache seite oben liegt oben wo ist oben okay die hat eine seite die ein bisschen rein geht eine seite die nicht rein geht und die soll dann wohl so da drauf das geht natürlich nur mit kleber flüssig kleber den man dann unten und oben jeweils da wo es übersteht hin macht okay da muss ich erst suchen ob ich sowas habe weiter ok tag später das ding sieht soweit fest aus da bewegt sich nichts mehr also gehen wir weiter da das gehäuse formen indem man die lange gehäuse hinter die gegenüberliegende seite klebt ok und das kürzen wir einfach mal ab denn die nächsten schritte sind eigentlich nur noch dinge zusammen kleben und ja ich glaube das brauche nicht groß zu erklären ich habe mir seht keinen flüssig kleber benutzt ich habe hier teilweise doppelseitiges klebeband benutzt um die größeren laschen zu kleben und teilweise hier ein bisschen was an schwarzem gewebe klebeband um so außen sachen fest zu kleben einfach mit dem hintergrund naja da wo schwarzes gewebe klebeband ist kommt von der seite definitiv kein licht rein und es dürfte auch besser halten ein paar besonderheiten beim kleben fangen wir erstmal hier vorne an hinter der linse hier wird das beugegitter aufgeklebt also das ding was die regenbogen da soeben gemacht hat also im prinzip ein prisma nur dass wir das flach gedrückt haben jede menge nebeneinander dass es nicht so dick ist das klebt hier hinter muss man ein bisschen rum probieren wie das richtig ist ist aber auch alles beschrieben dann hier dieses zweite teil was wir separat gefertigt haben dran geklebt und auf der rückseite da haben wir zwei dinge da ist nämlich hier dieser andere streifen die wir hatten drauf geklebt und der geht auch hier runter mal hier in das loch reingucken ich weiß nicht ob man sehen kann da ist jedenfalls der kleine schlitz drin und hier auf der seite da haben entsprechend dann unsere skala die dann nachher von innen gesehen wird das heißt also hier schlitz hier skala beziehungsweise momentan hier die skala spiegelverkehrt wie gesagt ist von hinten hier ist dann noch dieses große teil mit drauf geklebt einfach als sonnenschutz dass von der seite kein streulicht reinkommt und was wir auch noch haben ist einfach ein bisschen papier normales schreibpapier ausgeschnitten lose dran geklebt das kann man hier so dahinter machen denn man nutzt quasi das umgebungslicht als hintergrundbeleuchtung für die skala wenn man vorne durch guckt und hiermit kann man das ein bisschen abdunkeln wenn da zu viel licht kommt dass man nichts mehr sieht das war es im prinzip wenn wir jetzt hinten rein gucken können wahrscheinlich nicht allzu viel sehen weil hier ist so dunkel aber ein bisschen licht versuchen zu machen ja man kann es hier sehen da sind regenbögen ich hole gleich andere kamera da kann man auch die skala erkennen und ja so kann man dann hier fleißig gucken was im spektrum los ist und ich habe hier mal ein foto gemacht von einem blick durch dieses spektroskop in sonnenlicht wichtig nicht direkt in die sonne gucken das hier ist indirekt und bewirkerter tag deswegen auch relativ schwache farben aber wir sehen blau grün rot bis hier hinten hin hier 700 ist eher infrarot das ist alles da und relativ gleichmäßig sagt hier hinten ab aber ob das jetzt wirklich die sonne ist oder viel mehr die der infrarot filter der kamera lasse ich mal offen wenn wir jetzt mal ein anderes bild da drüber legen oder drunter legen dann sieht das hier so aus das ist von der lampe und hier sehen wir ein paar unterschiede das erste wäre hier hinten infrarot ist deutlich schwächer als oben drüber heißt also beim offensichtlich einen kleineren infrarot anteil in jedem lampenlicht und wer genau hinguckt der hat wahrscheinlich schon eher spät da sind irgendwie ein paar andere striche und zwar hier ist ein strich und hier ist ein strich was haben wir denn da naja das hier ist eine leuchtstoffröhre und die arbeiten mit quecksilber dampf und quecksilber hat so ein paar spektral peaks die man durchaus auch hier sehen kann und zwar ist einer bei 435 nanometer wie immer gucken 410 20 30 ja knapp über 435 nanometer also genau das was wir erwarten für eine quecksilber lampe und der zweite peak von quecksilber ist bei 545 500 540 545 bisschen drüber jetzt in dem fall hier aber offensichtlich wir haben hier die linien die quecksilber erzeugt die werden natürlich noch ein bisschen abgeschwächt dadurch dass so eine leuchtstoffröhre phosphor dabei hat die versucht dieses ultraviolette licht hier unten weiter hoch zu drücken aber diese peaks hier die sind einfach so stark dass sie durch das phosphor noch durchgehen und hiervon erkannt werden können und damit können wir jetzt zum beispiel hier erkennen dass diese lampe eben auf quecksilber aufbaut das ist auch eine technik die auch in professionellen laboren durchaus eingesetzt wird auch da findet man jede menge messgeräte die entweder auf spektroskopie oder chromatographie beruhen und ja die sind dann ein paar euro teurer aber auch deutlich genauer und werden eben auch da benutzt um dann eben ein stoff gemisch rein zu geben und zu gucken okay was sind denn da für spektrallinien drin welche stoffe wurden genutzt um das hier zusammenzusetzen also meinung zu dem ding ich kann jetzt nicht sagen dass es unbedingt qualitativ hochwertiges ding es ist halt was um mal zwischendrin zu basteln der grund warum ich es mir geholt habe war relativ einfach das beugegitter alleine hätte nicht wirklich weniger gekostet von daher hol mir den fertigen bausatz da weiß ich das alles zueinander passt aber auch wenn das ganze vielleicht jetzt nicht das professionellste ding ist es reicht dass man spektren sehen kann haben wir eben ein paar schöne bilder gehabt und kann man auf jeden fall mal einen einblick kriegen ich werde das hier auf jeden fall noch ein bisschen modifizieren und zwar gibt es möglichkeiten hier solche geräte umzurüsten nachzurüsten sag ich mal und zwar macht mir hinten eine webcam hin vorzugsweise ohne infrarotfilter und kann dann mit ein bisschen software da gibt es kostenlose im internet das ganze dann digital auslesen und so dann schönere grafen zeichnen das auf jeden fall nur so was was auf meiner könnte man mal machen liste steht hier so klappt es auf jeden fall wir kriegen uns respekt drin und damit tut das ding offensichtlich was es soll so